Hey und herzlich willkommen zur fünften Folge von Turo4. Heute ist der Steve wieder mit dabei und hoffentlich werden wir da was reißen. Wir schauen auf uns selber. So ist es. Hallo. Wie geht es mal? Wie viele Leute sind schon drauf? Ich weiß nicht. Zug. Drei. Ah ja. Oh, mein Zucker ist gewachsen. Du hast... Das stimmt nicht. Haha. Steve was hab ich jetzt eigentlich vor? Ich hab 6 Äpfel schon. Ich denke du hast 8. Nein. Keine Ahnung wie du das eingeredet hast. Du? Du hast in der letzten Folge gesagt du hast 8. Das hat der Philipp gemeint glaube ich. Ich bin blind vertraut ok? Wo liegen XP? Warum liegen hier XP? Hey Steve wenn die die mich da jetzt anfinden da irgendwann nirgendwo gell. Oh ey sag du wie das ist. Ja ist es auch. Kompetenz ist das schon wieder einfach. Kompetenz ist das Admin Team? Ja. Oh. Oh. Der ist in 10 Sekunden weg. So Steve. Ich geh noch Bäume fällen. Und du? Uff dir das. Okay. Also du hast einen besseren Plan. Na? Na fix nicht. Meinst du dir das Zucker wieder anbauen? Weiß ich nicht ob das so gut ist. Ne das machen wir mal irgendwo wo wir es zur Folge lang stehen lassen können. Ich hab Dias. Ey man. Ja länger als der Folge besser gesagt. Dias. Oh. Oh. Eine schöne Quelle. Eine 8er Quelle. Ich hab 19 Dias. Mach ich mir jetzt davon? Ups. Ne. Spaßst alle nur auf mich. Spaß. Ich hab jetzt noch 15. 15. Du brauchst 12. Okay. Passt. Ich brauch kleine Axt. Also du bist auch schon HG genauso wie ich. Pfff. Ja an habe ich es noch nicht aber wenn du das sagst. Ja ich hab 15 Dias noch. Und ich bin schon HG. Bei Unmil braucht man das? Oder hilft es nichts? Kannst du Zuckerrohr hochziehen glaube ich sogar? Oder Kartoffeln? Irgend so was kannst du ja hochziehen. Ja fix aber ich meine Zuckerrohr. Keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht. Ich überlege ob ich gerade Cravel ein bisschen Farm um mir einen Bogen zu machen. Ja Steve denk schon voraus. Gehen wir gleich die Netter oder? Haha. Ich wär voll für die Netter. Haben wir in die Discordgruppe reingeschrieben? Einen Scheiß. Sollt ihr mit dem Handy oder hast du hier eins da? Nicht das war schon mal. Okay perfekt. Shit Alter. Wir haben sich vorher angekündigt. Spider. Dass wir joinern. Aber halt nicht in der vollen Gruppe. Sorry. Wir waren mega im Zeitstress. Fix. Geh mir aus dem Weg. Fockerhunders. Es tut mir leid. Fockerhunders. Ich hoffe du weißt das. Nein. Dias? Es tut ja nicht leid. Ich hab 21 Dias. Haha. Ich muss nochmal deine Dias Folgen anschauen. Das gibt's ja gar nicht. Kann keiner sagen. x-rayen. Nein. Was soll ich denn bitte x-rayen? Weiß ich nicht. Du bist. Ich hab schon mit zigtausend Varo Projekte mitgespielt und da soll ich x-rayen wahrscheinlich. Ja. Mhm. Soll dich. Sonst nichts. Sonst nichts besseres zu tun. Ich nicht. Wenn's um das geht. Steve hast du eigentlich auch Platzprobleme? Ich hab nicht einmal mehr Coverstone. Das heißt ich kann mich nicht einmal mehr Öfen craften. Kann mein Impf aussortieren. Ist eh nix drin. Nix sinnvolles. Ja. Ja. Zehn Minuten. Jetzt noch ein paar Dias. Ich hab schon sieben Äpfel. Was sollst du denn davon? Folge so weiter geht's. Wenn wir in der Folge full die. Ich brauch ja gar nicht weggehen oder? Ey Klaus. Find ich überhaupt noch einen Höhleneingang wo... Unlooted ist? Genau. Das frage ich mich. Oder soll ich gleich direkt wegkommen und dann strip meiner gehen. Du kannst dich runtergraben. Wenn du nicht näher auf eine Schlucht fällst kannst du das gerne tun. Ja ok. I got it. Wie kann du schon wieder so wenig... Effort dropen? Ja der ist natürlich... Da war wer. Alles schlecht. Bei dir? Ja. So wie keiner mehr auf dem Server oder? Fix. Ich glaub nicht. Doch. Na. Wer noch mal drauf? Nee. Das sind nur zwei... Wer ist andere? Zwar sind das eine Art Menzel oder? Nein. Hey das gibt's nicht. Gut genug. So. 8 Äpfel. Wie lol ist das ey. Ich hab 9 Äpfel auf jeden Fall schon mal. Oh ich bin full die. Ja. Taugt mir mal wieder. Hm? Taugt mir. Ich hab Aldi Passafel geholt. Ich brauch mehr Äpfel glaub ich. Aber sag ich. Ja du brauch mehr Äpfel. Was sagst du zu der Technik? Bäume einfach abzuscheren mit der Schere und dadurch Äpfel zu kriegen? Kann ich dazu irgendwas sagen? Na. Ich hab schon tausendmal probiert. Noch nie gegangen. Was? Einfach der? Sind die nicht schon drauf? Die waren schon drauf. Und in der Ohrenfolge zum Aufnehmen? Hey Steve die waren in unsere Richtung. Ja ja. Aber so ruhig. Nett dass der mir auch klatscht da beim Wurzfang. Ah also ich craft nicht schon mal Gaps. Gönn dir. Ich hab schon 10 Äpfel. Earth Äpfel. Sehr brav. Weißt du was ich hab? Na. Hat noch 20 Dias übrig. Weißt was ich hab? 3 Gaps. Was sagst du denn dazu? Ähm. Goldohr. So ein Scheiß. Gebraten. Fix. Ich hab ne Brot zwei Hose und ne Brot zwei Brust. Brav. Du hast schon fast alle Sets liegen in die Spawn. Glaubst du dich schon noch mal schauen gell? Ha ha. Ob da Äpfel droppen. Hey es gibt es wieder mal nicht. Noch ein. Au. Noch 2 endlich. Steve wie viele Äpfel brauche ich noch? Ich hab 3 Gaps und 10 Äpfel. Ich weiß nicht wie viele Äpfel du brauchst. Ja ich hab kein Gold mehr. Wie viel Gold hast du? 26 gebraten und 31 ungebraten. Ja reichen wir jetzt. Soll ich schon mal aufgehen? Fire. Ja. Das gibt's nicht so, dass er echt nirgends andern war. Anscheinend nicht. Haben die Tierrate hochgemacht oder habe ich einfach nur Lack? Du hast fix nur Lack. Das liegt am Geburtstagskind. Ja. Jo. Das nehmen wir noch mit. Die verkriege ich mir da jetzt wieder, Steve. Okay. Da auch keine Äpfel mehr. Ich suche eine Schlucht, oder? Schauen wir mal, ist da was drinnen? Nein. Genau, guck einfach, ob du irgendwo was findest. Irgendwas Sinnvolles. Nein, wir brauchen ja nichts. Oder brauchen wir noch viel Leder. Tipp 5. Leder? Leder. Leder werden nicht schlecht filmen. Okay. Ja, egal. Sagt der Ansicht jetzt, Obe. Die Folge kommt mir fast schon produktiv vor. Jo, ne? Ja, fix. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt Folge 5 Full Diar war. Ich habe mich gefreut, wenn ich Folge 5 einen ersten Diar gefunden habe. Doch, es gab einen, wo ich Folge 5, da war ich Folge 3 schon Full Diar. Ich bin an der Minenschacht. Da war ich auch. Guck mal, ob der gelootet ist, wo du bist. Ja, bis jetzt schaut es eher dann noch aus. Na. Aber es waren nur unwichtige Sachen drinnen. Was ist in der Truhe? Ja. Guck mal, ob du noch eine findest. Es sind meistens 2 oder 3. Irgendwie von allem 2. Das ist ein Spawner. Was für einer? Minispinner. Schätze ich mal. Achso, wie meint sie denn den Spinn? Die Gift Spinn. Die Gift Spinn? Ja, ich hab kein... Dann verpiss dich dort, Alter. Ja, sie hat mich schon gegiftet, aber das war alles tot. Ja, dann bau dich ein. Nein. Alex. Ja, was? Ich bin eh nicht mehr. Ich bin schon wieder gesund unterwegs. Ist es schwer zu sagen, ob das schon gelootet ist oder nicht? Einfach weiter gucken. Hey, warum? Ist denn der Lass? Abo! So, ich schaue mal kurz zum Spawner wieder um mich. Das traue ich mir wieder was. Nein! Was ist los? Ich hab die Schuhe gemacht. Ich wollte mir einen Helm machen und hab dir Schuhe gemacht. Das wollte mir eigentlich. Arm, was wollt ihr denn machen? Kurz noch trinken. Ah, Suppen wollt ihr machen. Willst du mit Suppen? Eine der letzten... Schwammerl verbrauchen, damit ich nicht immer die ganze Zeit die Schwammerl am Atom trage. Ich hab diese Folge nicht einmal gegessen. Musstest du essen in der Folge? Ja. Ne? Also ich hab Brot-Ice-Schuhe für dich. Sehr geil. Mini-Zombie. Achso, Spawner war ja keine Kiste, das war nur XP-Beschön. Das sind Melonen-Samen, Steve. Mitnehmen. Und Pumpkin-Zombie. Und Pumpkin-Zombie brauchen wir den auch. Dias? Was ist denn da? Das ist, Alter, ich hab 22 Dias über und ich bin Fuldi. Achso, Kürbiss-Samen, Alter. Da ist noch eine Kiste. Der ist auch unten, da ist Zmeid 4, Lur 2. Und Dias. Die Kürbiss-Samen brauchen wir nicht, oder? Wie viel braucht Matthias für Fuldi? Alter, glaubst du, ich kann noch rechnen, nach dem Bundesheer? Spiegel ab 15 und 15. Alex, du bist auch Fuldi. Ja, danke. Ja, du. Meitere, du bist in der 5. Folge. Ja, perfekt. Ich war schon 2 Dias an gefunden. Ja, in der Kiste. Ja. Das ist das gleiche, oder? Es kommt das gleiche. Ich schaff's nicht einmal jeden Gang abzuscannen, das ist riesig. Da ist noch ein Minenwagen. Ich glaub, ich mach die Wagen einfach alle hin, wo ich schon war. Hey, wir können ja Team-Chests bauen nochmal. Nein, Spaß. Team-Chests müssen wir so oder so machen. Eine Minute? Wow. Aber Steven, was brauchen wir als Mite? 4, Lur 2 überhaupt? Gegen Monster, wenn du gegen Bogenschützen jetzt kämpfst, kriegst du halt doppelten Loot raus. Ja, brauchen wir einen Loot. Arne. Warte nicht. Das oder kriegen wir alles? Oh, Pfeile, meinst du, gell? Ja. Schon wieder so eine scheiß Gift-Spinner. Lass nächste Folge in der da gehen. Jetzt? Okay, wenn du es sagst. Wir können dann nächste Folge fighten. Genug machen. Zehn Sekunden. Oh, noch eine Minenwagen. Da ist nichts dringend geil. Ja, scheiß, ich bin jetzt wirklich, deswegen. Spider-Man. Geilste Folge ever, alter. Ich weiß gar nicht, wie viele Dias ich gefunden habe. Ihr habt zwar gefunden. Ey, ich habe euch draufgestanden mit 12 Dias, hatte ich noch. Ja. Und ich hatte nur Diabrust. Jetzt habe ich noch 22 Dias und bin fullsie. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch noch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.